hier bei mir leckt das gerade so ein bisschen zwischendurch alter das schlug bei dir auf ins vier ja wie ist es bei mir kannst du damit spielen will kann ich nicht ja weil wir war ich mal so der parla typ habe ich geile karten ist dann nicht wahr was soll ich machen ihr habt zwei karten die ich nicht einsetzen kann so schön auf jeden fall herrlich sie werden nicht wissen ich glaube die runde ist nicht meine das kann sich alles noch ganz schnell ändern das weißt du besonders bei dir als gegner ne doch ja zwei schaden ich habe noch drei zwei bitteschön ja zwei mich als gegner hallo das ändert sich nie was wenn das wenn ich sage das ist nicht so dann ist es nicht so meinst du komm du hast zehn leben unterschied die kann ich gar nicht mehr einholen ich habe ein riesiges ich behinder dich ich habe nur noch neun neun leben ok siehst du irgendwas an zack zack bin ich wenn es schnell erledigt nach und nach kenne ich doch schon gut mit spaß ne naja irgendwie gefällt mir irgendwie warte ich auf das pack das ist irgendwie noch reinhaut so irgendwie warte ich dann drauf dieses glied hast du mehr auch nicht nachher papa papa bau 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 ach ich hab doch nur karten und karten glück gehabt na vielleicht ja ich glaube das hattest du auch für ehre joo wenn ich auch du weißt dass er jetzt ausschaut mit marktrecht irgendwann konnte ich sowieso nicht mehr nächste runde wäre sowieso platt gewesen durchfächer klingelt wieder klingelt als assassinen drei angriff und vier verteidigen und der ist schon weg oder ach was hast du vor profi pack selten selten für alle klassen mal alle karten nochmal durchgehen die ich jetzt neu hab dass er nicht mal neu anzeigt paladine ach so die habe ich schon feendrache habe ich schon drei stück vor noch du scheiße verstohlenheit was macht wohl verstohlenheit verstohlen verstohlenheit der charakter kann nicht angegriffen oder als ziel gewählt werden bis er schaden verursacht ja ja geil hm 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 okay Der Zugang zur Arena kostet normalerweise etwas zu arbeiten. Da ist euer erstes Mal, jetzt geht es aufs Haus. Aber ich werde das machen. Arena brauche ich da nicht machen. Kann ich später noch machen, wenn ich wieder alleine auch. Dann brauche ich ein ordentliches Deck eigentlich. Richtig. Da muss ich immer ein bisschen was machen. Öle fertig knopft an. Dann hatte ich eben auch serviere Getränke. Seid auf der Hut. Eure Seele wird mir gehören. Wenn du jetzt Glück hast, dann entscheide ich der erste Zug. Ja, wieso? Ist immer so. Ja. Weil ich dich rufe. Ja, ne. Hast du das auch gehört, oder kennst du die Sprüche mittlerweile auswendig? Ne, ich höre das auch. Na, Mana plus eins. Boah. Ist doch nicht dein Ernst. Doch. Ähm. Ach ja. Ach ja. Ja. Ich war gerade so ein bisschen abgelenkt. Weil es geklopft hat auch. Weil ich nichts gesagt habe. Ja. Wozu auch? Bin am Aufnehmen. Sonst stört man mich nicht. Warum ruft ihr mich? Warum stinkt ihr nach Fisch? Wie, Alter. Ja, warum? Ja, genau. Hauptsache dieses Zielglück, wo man null Mana bezahlen muss und dann gleich... Oh ja. Ja. Mhm. Ist doch gut. Boah, Schock gegen Hexenmeister ist auch mies. Und umgekehrt. Ja, du mich auch. Du bist da also ein... Kein Arsch. Nö, nö, nö. Ich komme mit den Karten einfach nicht klar, wenn es nicht mein eigenes Pack ist. Jaaaa. Weißt du, solche Dinger kostet nur einer in diesem Schurkenpack. Das ist unglaublich, ey. Mhm. Das ist wirklich ungelogen, ey. Ist halt so, ne? Ich bin so blöd manchmal, echt. Nein, heu egal. Du nicht nehmen Kerze. Du nicht nehmen Kerze. Hehehehe. Jaaaa. Das war's. Das war's. Das war's. Kann auch so machen. Bäh. Oh, nervt doch nicht. Alter Ohnwitz. Hätte ich bei einer stärkeren Karte gemacht, aber ist auch egal. Jaaaa. Aber hätte ich mir erst beim nächsten Zug gemacht. Ja, ist voll egal. Jaaaa. Normal, als wenn du wieder dein Spott gesetzt hättest, ne? Nee. Nee. Ich habe nicht genug Mana. Du willst mich verarschen. Geht nicht. Hehehe. 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 Da war wieder die 6. Da war wieder eine drunter... ...geglitscht. Hehehe. 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 Für den König. Nein. Für mich. Oh. Na, mach mal wieder unser Dolch. Hehehe. 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 Fass, klar. Naaaa. Yeaah. Jaaa. Jaa. Aber jetzt verliere ich auf immer Fall. Neee. Doch. Eh, ich bin fregelt. Aber ist es. Meins. Da denkt man auch reiz im Haul, echt. Hehehe. Neee. Nää. Du bist... ...dreiliebile noch. Ich bin toll. Ich habe ein riesiges Glied. Ein riesiges Glied hast du. Genau, greift dein eigenes Männchen an. Kommt auf jeden Fall gut. Meinst du, das hätte jetzt irgendwas gebracht? Nö. Deswegen ist das eigentlich egal. Eigentlich irgendwas. Reicht doch, das war nur Glück mit dem Ziehen. Die Zeugende. Ne? Ja, das ist nur wirklich Glück mit dem Ziehen. Ja. Yes, Sir. Aber ich finde immer noch, das ist besser als Suchyo. Ja, auf jeden Fall. Oh, neue Karten. Und weiter geht's. Positioniere Helden. Zieh die Schrauben an. Komm her, vielleicht nicht die Schrauben auf. Zünd eine Lunde an. Ja komm, wir machen mal bei dir. Bei dir müssen die Schrauben anziehen. Du brauchst neue Karten? Nö, ich brauch einfach Level 15. Geht dir einfach was für ne Scheiße. Naja, tröste dich. Sitz dich grad auch vor. Toll. Toll. Jetzt kann ich nur Glück auf die nächste Karte haben. Oh, ey. Hast du den immer? Ich weiß es nicht. Den hast du immer am Anfang. Ich sitz hier. Ja, den hab ich eben erst gezogen. Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Morlocks überall. Die fröhliche Morlocks kommen herbei. Ich hab nur die eine Karte, die sowieso jeder Spieler kriegt, wenn er zweiter ist. Und dann resten Zauberkarten. Die sind so wie angegossen und die sind dann alle hochgesetzt. Die Zauberkarten, die bringen mir jetzt noch nix. was mir lebt, wenn das nicht mehr Karte. Ich hab ihn mit dem, die Zauberkarten wemärkt. Und ich hab ihn mit ihm. Vielen Dank.